Ich sage herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel VfB Grischow gegen den SV Arnstadt, Endstadt 2 zu 2. Beide Trainer haben Platz genommen, der Gästetrainer zu meiner Linken, Martin Hauswald, und wie das Quo, und sei natürlich zu meiner Rechte unser Cheftrainer Toni Lenke. Ja, der Gästetrainer hat natürlich immer das erste Wort. Herr Hauswald, wie haben Sie die 90 Minuten gesehen und erlebt? Ja, hallo erstmal, die Runde, Herr Rutschland. Ja, sehr verrückt, wie Sie sagen, insgesamt beim Spitzenteam mit der O-League, mit dem Punkt mit der O-League, sind wir natürlich prinzipiell sehr, sehr glücklich, das ist klar. Ja, für viele ist es ungewohnt, natürlich mit vier Stunden Anreise, ja, dann direkt ein Oberliga-Spiel zu beschreiten, das hat man glaube ich so ein bisschen gemerkt, wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, waren trotzdem ganz vernünftig im Spiel, ja, haben uns einen Matchplan vorgelegt, wir haben es auch sehr, sehr umdurch umgesetzt, dann muss man auch meldlos anerkennen, dass Griechel natürlich gerade offensiv eine Qualität hat, die München ziehen wir manchmal auch, aber das war so ein bisschen gerade in der ersten Halbzeit der Unterschied, wir haben zwei, drei gute Säden, machen dann natürlich zwei Tore draus, wir waren auch, ja, ganz okay im Spiel, aber haben ganz einfach, ja, das entscheidende, die Tore nicht gemacht, haben uns einfach in der zweiten Halbzeit, ja, was soll man denn noch verlieren, ich meine, die Tabellensituation bei uns ist bekannt, ja, wir wollten einfach nochmal alles versuchen, hatten dann vielleicht auch ein bisschen Glück, ich glaube, Pfosten war es, wo es dann halt auch 3-0 stehen können, ich glaube, dann wird's nichts mehr mit dem Punkt hier, ja, und dann haben sie ganz einfach eine tolle Moral, eine tolle Einstellung gezeigt, die haben uns das, muss ich wirklich sagen, wir hatten einen aus der Adi und draußen sitzen, einen von der zweiten Mannschaft draußen sitzen, das waren zwei, drei Leute haben gespielt, die, ja, haben die letzten Wochen und Monate nicht wirklich von Beginn an gespielt, deswegen war es insgesamt ein sehr, sehr gutes Auftreten, was, ja, bevor du das 2-1 machst, auch noch zwei, drei Möglichkeiten, wo du vielleicht das Tor eher machen kannst, aber, ja, insgesamt das Auftreten, gerade in der zweiten Halbzeit, war beeindruckend zu sehen, trotz unserer ganzen schwierigen Situationen geben die Jungs wirklich Woche für Woche Gas und ich freue mich dann einfach, dass wir, ja, was mitnehmen können, dass wir sich mit dem Punkt belohnt haben und dann haben wir natürlich eine gute Rückfahrt, danke. Danke für die Worte an Herrn Hauswald Toni, ja, haben 3-0 eigentlich geschnuppert, am Ende dann 2-2, sag's nochmal aus deiner Sicht, wie hast du's erlebt? Erstmal von mir an, hallo, die Runde und Glückwunsch an den Trainer für den Punkt, ähm, ja, war ein kurioses Spiel, war ein komisches Spiel, ähm, wir dürfen ja eigentlich nie und immer halt den Punkt abgeben, man muss in der ersten Halbzeit spielen das schon nicht gut machen, aber zwei Pumpe können aber viel, viel höher führen, wir sind ganz einfach in das letzte dritte gekommen, haben Starfighter nicht gut ausgespielt, aber gehen immerhin mit einem 2-0 in die Halbzeit, damit fällt mir die riesen Schatz, ich glaub, es war ein halbleeres Tor, dann schießt er nur ein Pfosten und danach war Führung richtig ein Bruch ins Spiel, wir haben dann keine zweite Bälle mehr bekommen, wir haben, ähm, keine Ballstafelten gehabt, keine Ballsicherheit gehabt und, äh, ja, haben dann eigentlich gebettet um das 2-1 und dann war's auch eine Frage der Zeit, dass es 2-2 fällt, also da muss man schon sagen, das hat man gemerkt, dass, ähm, letzte Woche gegen den Nieder der absolute Höhepunkt war und jetzt sind die Jungs so ein bisschen, ja, die Spannung hat gefehlt, es war, da war nicht richtig Druck drin, es waren halt die, die Läufe, die Veto haben es halt nicht richtig gemacht, also du darfst halt hier eigentlich, äh, das 2-0 nicht aus der Hand geben, weil es war nicht wirklich eine Gefahr drin und, äh, dadurch, dass wir so schnell den Ball abgegeben haben, haben wir halt, ja, drum gebettelt und dann, äh, auch Glückwunsch natürlich, äh, nach Anstatt für den Punkt, aber eigentlich, ähm, dürfen wir hier keine Punkte verschieben. Danke. Danke für die Worte. Ich schaue in die Runde und frage, gibt es Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann, oder? War da eine Redung? Ja, ich wollte mal fragen, äh, der zweite Platz steht ja trotzdem noch im Fokus, ne? Also, trotz dieser zwei verlorenen Punkte ist ja noch alles drin. Äh, ja, klar, aber jetzt sind wir alle enttäuscht, dass wir hier nur 2-2 gespielt haben, also von daher, ähm, das ist rein rechnerisch nicht mehr möglich, ne? Aus eigener Kraft nicht? Aus eigener Kraft nicht, genau, richtig. Aber jetzt müssen wir erstmal das Spiel aufarbeiten, verdauen und dann halt auch die richtigen Schlüsse draus ziehen und auch halt die Mannschaft ansprechen, weil so können wir natürlich in der zweiten Seite nicht auftreten, das ist nur unter Anspruch. Wir müssen halt dann mehr Tome machen, mehr Beisicherheit bringen und deswegen brauchen wir uns jetzt nicht über den zweiten Platz unterhalten. Natürlich wollen wir ihn erreichen, aber mit der Leistung erreichen wir, halten wir nicht mal den vierten Platz. Dann sage ich, vielen Dank auch an den SV Arnstadt, euch natürlich eine gute Heimfahrt, schönen Restsonntag und auch vielen Dank an 259 Gäste, Zuschauer, ihr seid natürlich nächste Woche auch wieder sehr gern gesehen, denn da feiern wir unsere 100 plus 1 Sportfest hier im Kritschow, natürlich dann auch mit dem Höhepunkt Saisonabschluss Heimspiel hier gegen Inter Leipzig ab 14 Uhr und ansonsten geht es natürlich ab Freitag schon ordentlich zusammen. Bis dahin bleiben Sie uns bitte wohlgesonnen, gesund und glücklich. Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020